Em, also erstmal Gordi hat einen sehr guten Job gemacht, jedem seine Rollenverteilung zu geben, jedem zu sagen, dass wir keine Egos haben sollten im Team und das Gewinnen an erster Stelle steht. Deswegen, also da geht erstmal großen Lob an den Coach. Jeder hat das auch verstanden, jeder hat die Rolle auch eingenommen. Ich glaube, jeder in seiner Rolle ist ein Star in seiner Rolle auch und das ist immer sehr wichtig im Team. Und das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre einfach immer weiter erweitert, immer besser geworden und haben uns nicht darauf ausgeruht. Und ich glaube, von EM, wo wir auch noch viel mehr hätten schaffen können, trotzdem die Bronzemedaille zu holen und da Geschichte zu schreiben nach 17 Jahren wieder und dann das Darauf-Folgen-Weltmeister zu sein, das war halt so noch nie. Und alle, die in der Kabine sind, natürlich das ganze Front-Office, Coaching-Staff, alle, die da mit am Start sind, das ist natürlich ein großer Lob. Jeder hat dazu beigetragen, dass wir an der Stelle jetzt sind. Und ich glaube, dass wir jetzt noch einen Step gemacht haben und wir noch mehr zusammen sind, noch mehr zusammengeschweißt haben. Und diese Team-Chemie, Team-Geist, egal ob off-the-court oder on-the-court, dass die immer gleich bleibt. Manchmal hast du hier und da ein paar Momente, so wie Coach und ich hatten zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, aber das zeichnet uns halt aus. Danach, nächsten Tag, haben wir geredet und war halt alles wieder topfit.